Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute geht es um zwei Hunde. Zuerst um den schönen Cockerspaniel Apollo, der im März 2015 geboren wurde. Apollo wurde wegen Trennung des Besitzerpaares zunächst an ein anderes Ehepaar und schließlich in der Arche Noah abgegeben. Die rassetypische Beschreibung für den Cockerspaniel trifft auf ihn genau zu. Als gesicherte Erkenntnis gilt, dass der Cocker ein temperamentvoller, fröhlicher, anhänglicher und sensibler Hund ist. Zuweilen kann er auch etwas eigensinnig sein. Cockerfreunde wissen sicher genau, was damit gemeint ist. Die Hunde lieben Beschäftigung und Bewegung. Apollos Eigensinn hat sich ein einziges Mal gezeigt, als ihn das ehemalige Frauchen an ein Ehepaar weitergegeben hat. Er kannte die neuen Menschen noch nicht richtig und diese betränkten ihn so sehr, wie sie angaben. Er wurde in eine Ecke getränkt, um ihm ein Geschirr anzulegen. Das machte Apollo Angst, sodass er schnappte. So kam Apollo ins Tierheim. Tierheimmitarbeiter Mike Timmler ist davon überzeugt, dass von Apollo nichts Aggressives ausgeht. Der Hund war wohl mit der neuen Situation nach dem Verlust seiner vertrauten Menschen einfach überfordert, meint Timmler. Für Apollo werden Menschen gesucht, die Erfahrung mit Hunden und vielleicht mit Cockerspaniels haben. Mit seinen vier Jahren hat Apollo fast sein ganzes Leben noch vor sich und soll endlich richtig ankommen. Wenn er die Zeit zur Eingewöhnung bekommt, wird er mit Sicherheit ein ganz toller Freund und Begleiter. Geeignet wären eine Familie, deren Kinder schon Hundeverständnis haben, ein Ehepaar oder eine Einzelperson. Das Wichtigste ist für ihn, dass er zu Menschen kommt, die ihm Sicherheit und eine liebevolle, konsequente Führung geben können. Wenn man ihn erlebt, weiß man, er ist ein Schatz. Zum Schluss stellen wir noch eine Hündin vor, die in Schwarzhausen gefunden wurde. Sie ist gechippt, leider aber wie so oft in keinem Tierregister gemeldet, sodass man den Besitzer nicht ermitteln kann. Für sie werden die Besitzer gesucht oder Menschen, die diese Hündin kennen. handelungen. Das ist weil es sich für die Handels exercise noch immer weiter kется bekan unseres nochmal geht ins Schwarzhausen.